Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play Projekt. Ich spiele für euch Story Untold. Alles was ich weiß ist, dass es ein Point & Click Adventure ist und wir so gut wie gar nichts haben, was wir einstellen können. Wunderbar. Ja, Point & Click, ein bisschen soll es gruselig sein, mehr weiß ich nicht, so wie immer. Und deshalb würde ich sagen, starten wir doch einfach mal das erste Kapitel von 4, The House Abandon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was für merkwürdige Musik! Musik Die Musik hat nämlich so an den 70er oder 80er Jahre. Sci-Fi-Film oder so. The House Abandon by NoCode. You pull up the driveway of the family holiday home and park the car. It's dark, but it's idyllic as you remember from all the time ago. You remember being told to look in the glove box before going in. It's good to be back. Was muss ich denn tun? Wait, wait, wait for what? Sorry, I don't know what you're looking at. Look at the glove box. The glove box is closed, but it appears to be unlocked. Open glove box. Inside is a key and a handwritten note from that. You take both. Read handwritten note. The note is from your dad and reads, Hi son, hope you enjoy your break. You need to fire up the generator around back to get power and lights on. Also find something in the attic for you. It's in your room. Enjoy. Press enter to continue. You pull up to the driveway of the family holiday home and park the car. It's dark, but it's idyllic as you remember from all that time ago. Remember being told to look in the glove box before going in. It's good to be back. Go to my room. I'm sorry, I don't understand. Go in the house. I don't know what you're trying to use. Use key at the foot. Front door. Open the car door and step it. Das war jetzt unbedingt das, was ich wollte. Aber gut, wir sind einen Schritt weiter gekommen. The house is grand, set perfectly amongst the trees. In front of you is the front door and the yard scratched around the side of the house. Open? Nein. Open front door. The door appears to be locked. You will need to use the key. Use key. You insert the key and turn. The door is locked. Click open. Open door. You step inside the front door. Das ist so wie die ersten Games tatsächlich. Also du hast halt tippen müssen, was gemacht wird, weil du keine Grafik und nichts hattest. Ältere Leute fühlen sich bestimmt unheimlich gut, so nostalgiemäßig. Das Problem ist, ich habe solche Games nie gespielt. Ich frage mich halt, ob sowas in der heutigen Zeit noch sein muss. Ich meine, ich glaube, das ist die billigste und einfachste Art, um Games zu machen. Machst du ein bisschen Hintergrund und halt einfach Text. Hm. You enter the house to the hallway. It's dark and you can't see anything. You feel a light switch next to the door. Pull light switch. A click and nothing. There is no power. The note should say how to restore it. Look at the note. Look at the note. You can't read the note in here. It's too dark. Step outside. I'm sorry to understand. Leave the house. Step outside. Ich habe doch gesagt, step outside. Warum geht er da nicht raus? The house is... The house is... Ja, ja, ja. Front. Blah. Ja, ja. Ähm, read the note. Ach so. You need to fire up the generator around back. Ähm. Ähm. In the yard stretch around the side of the house. And... Follow... Yard... Stretches... And... Go... Uh... Around... The... House? Nein. Oh... Oh... Lief das. Ja, jetzt ist nur... Wie komme ich jetzt nach hinten? Ist das auch blöd für halt einen Nicht-Englisch-Sprecher da auch auf jeden Fall das Richtige zu schreiben. Ich glaube, da wird mein Englisch auf die Probe gestellt. Ähm. Tja. At the yard stretch around the side of the house. Hm. I suck nobody note. Gut. Around back. Ähm. Ich muss immer warten, bis das da drum ist. Ähm. Go... Around back. Wird vermutscht nichts bringen. Where... Would you like to go? Ähm. In the backyard? Haben wir sowas? Nee. Ähm. Aber wenn ich jetzt sag, go around the house, das hatte ich doch schon mal. Dann geht er wieder rein. Ähm. Go to the generator. Hm. Hm. Go around the side. You take a walk to the yard. The yard has been well maintained. You spend a lot of time here with your family and holiday trips. Good memories. Ähm. Look around. You see a generator on the back wall of the house. Go to the generator. You are standing next to the generator. Ähm. Fire up. Generator. Um. Start. Generator. You switch. Ah, yeah. You switch the generator on and it rears to life. The house is still dark. Okay. Um. Go in. Go in the house. So, jetzt gehen wir wieder zur Front Door. Ja, da haben wir jetzt den üblichen Text. Ähm. So, jetzt sind wir wieder drin. Und jetzt, wenn jetzt mal der Text fertig ist, pullen wir nochmal den Light Switch. 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 Shhh. You flick the switch and the lights go on. The hallway is now brightly lit. There is access to the kitchen and living room. We are as well a set of stairs going up. Um. Go to the kitchen. Um. Go to the kitchen. Kitchen. Wir müssen gucken um essen da. The room. The room. The room. The room is locked. You have no idea where the key could be. Okay. Ist das noch irgendwas? It's very clean into the kitchen. Not been used in a while. Ähm. Look in the fridge. Gott, schreib mal den so. Scheinbar nicht. Ähm. Fridge. Schhh. Ich bin mir immer fasziniert. Vor allem, warum heißt es hier point and click? Ich klicke nirgendwo. Aber das glaube ich, also es hieß halt point and click, wo ich es mal gesehen hatte. Aber ich kann nirgendwo pointen oder klicken. Wofür habe ich die Maus überhaupt? Okay. Ähm. Go. Go. Go to main hall. Was haben wir denn noch? Ähm. Okay. Gehen wir halt in den living room. We step inside the living room. A spacious and comfortable living room. We spend a lot of good times. Warm and inviting. Kann er sich hinsetzen? Nö. Gehen wir mal zum hallway. Und. Ähm. Up the stairs. Stairs. You walk up the upstairs. Learning there is a bathroom and two bedrooms. Yours and your sisters. Pictures adorn the walls. Image of happy times. Go to your bedroom. bedroom. Welcome to your old room. Your old bedroom. So many good memories in here and it's been preserved so well. And the desk is a gift wrapped box. Open. 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 Box müsste doch reichen, oder? You unwrap the gift. Excited. You can't believe it. Dad has found your old computer. A future. Blah. It was preserved well in the attic and hopefully still works. The old bedroom. The old bedroom. Ja, ja, schon klar. Ähm. Ja, 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 ja. Und your desk ist der PC. Ja. Und ne Kopie von House Abandoned. It's all still to be set up. Ähm. Start. Computer. Ähm. Play. The house Abandoned. Sit on your desk. Nein. Ist das? Go sit on the desk. Ich meine... Es ist schon... Nein, es ist so. Bin mir grad nicht sicher. Nein. Start. Alter, was soll ich denn jetzt machen? Set up Computer. Ah, Entschuldigung. Ich musste natürlich erst noch an den Strom anschließen. The computer is all set up and ready to go. There's a game here too. Start Computer. Put a cassette in the computer and press play. Ah. Wo ist das denn sein? Get out. Ach Mensch. Gott. Wo ist das denn sein? Das ist jetzt Null Uhr. Nein, das hatten wir noch nicht. Turn back. Turn back. Drive home. Open the glove box. Inside is a key and handwritten all from her dad to take both. Ich hatte eben das Gefühl, ich höre irgendwas flüstern. Read note. You don't recognize the handwriting. It says get out, 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 get out. You pull up to the blah. Ich kann das aber auch leider nicht überspringen. Ich muss immer warten, bis der Text fertig ist. Take the key. Leave the car. Be forced to unwrap the car door open. Irgendwas, keine Ahnung. The house looks abandoned. There is a yard to the side. Wood creeks in the wind and all happy memories are gone from this place. There is no love here. Go to my yard. Das wird man vielleicht auch richtig schreiben. Set through the strips to the back. The grass is overgrown and weeds crawl up the side of the house. It's not a nice place to be. You clutched a node needing to look around. There is an old generator next to you. Star generator, Mensch. Is aber nicht mehr so hell wie vorher. Ah, jetzt. There isn't much fuel, but the generator starts up. Go to the front door. Go back to the front of the house. Ich mag's nicht, dass das dich die ganze Zeit flackert. Use key. Unlock the door. The click of the lock hurts to hear. Go inside. You really. The pitch black. But was pitch black. But your scents are punished more by the smell. State air and dump. Dump? This could not be less in writing. The note burns in your hands. You feel compelled to read it over and over. I hear ständig Geräusche im Hintergrund. Das macht mich wahnsinnig. Fumbling around the walls, you find a light switch. Afraid of what you might see, you flick the light switch. The lights flicker on and off. The walls are falling apart after years of nether or worse. But there is the sound of an alarm clock blaring. When someone else is in this real house. Can't be. Alter. Somehow the alarm stops.